Servus Leute, willkommen zurück zu Deponia. Mein Name ist Brandy und ich muss falsch, 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 Entschuldigung, ich habe aus Versehen vorhin ein neues Spiel angefangen und musste und habe jetzt das aus Versehen geladen gehabt. Aus Versehen, aus Versehen, ihr wisst Bescheid. So, wir sind jetzt hier an diesem Gerüst gewesen und ich wusste letztes Mal, dass ich keine Zeit mehr habe, glaube ich. Genau daran lag es. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen können. So, hier müssen wir doch irgendwas machen. So, nee, hier haben wir... Oh, was haben wir hier? Ja, okay. Das können wir hier machen. Können wir nix machen. Haben wir irgendwas im Inventory? Nee, haben wir nicht. Ab in den Schacht mit ihr. Was für ein Gewurst. Und da ist ja auch der Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Wie geplant. Dann nehmen wir den Proviant mit. Die Socken. Kann man die Zahnbürste nicht mehr mitnehmen? Haben wir da irgendwas noch zum... ...nehmen? Nee, natürlich nicht. Machen wir mal die Lupe hier auf. Boah, hier fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Okay, dann nicht. Zahnräder. Ein gut geöltes Getriebe. Okay, dann nicht. Und was haben wir hier? Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Ähm... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Scheiße. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Scheiße, ich hatte vorher nicht den... Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Schon klar, gell? Das ist schon recht. So, was können wir denn noch machen? Ich hab jetzt echt vergessen, meinen... Seitenschneider hier einzubauen. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Heimweh geht anders. Ich spare mir mein... Die Farben müssen was mit den Fließbändern zu tun haben. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Die Farben müssen... So, jetzt... Gelb ist aber aktiv. Tief sehen wir gerade. Irgendwas muss man ja jetzt machen. Wollen wir vielleicht mit dem Sockenpaar hier... Äh... Das Zahnrad verstopfen? Da sind schon genug Ölflecken drauf. Gleich die Luke. Wieso? Die sind doch noch gut. Oder hier die Luke. Damit krieg ich die nie auf. So, dann haben wir jetzt gerade ein riesen Problem, meine Friends. Denk ich mal, weil hier ist auch nix mehr. Soweit ich mich entzünde. Äh... Oder? Was können wir denn noch machen? Gar nix eigentlich, so wie ich sehe. Warum macht er die jetzt nicht einfach auf? Ich lasse ihn mal über... Huh... Unreproviant? Hey, ganz schön aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ach so. Hehehehehehe. Hey, so lang? Ganz schön aktiv, das Ding. Okay, probieren wir es mal nochmal. Da sind schon genug Ölflecken drauf. So, nee. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst... So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Hehehehe. Geiler Typ, muss man schon sagen. Jetzt komm schon. Irgendwie habe ich gerade keine Ahnung, was wir machen sollen. Hey, ganz schön aggressiv, solange er aktiv ist. Ja, was soll ich denn jetzt aber machen? Ja, was soll ich denn jetzt aber machen? Da hinter verläuft ein Schritt, ja? Oder nicht? Oder nicht? Ich spare mir mein... Kann man hier nicht irgendwie Tipps anfordern? Da sind schon gemütliche Flecken drauf. Da sind schon gemütliche Flecken drauf. Was soll ich denn? Was soll ich denn? Mit Essen spielen? Es sei denn, es ist wirklich... Es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Ich weiß jetzt nicht. Ich... Keine Ahnung, ob das jetzt so gut war, dass wir den Seitenschneider haben liegen lassen. Ich weiß das nicht. Ich weiß das echt nicht, weil irgendwie anscheinend kommen wir hier nicht mehr rauf. Und den hätte ich einfach echt mitnehmen sollen und dann stattdessen irgendwas anderes liegen lassen sollen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Deswegen... Werde ich jetzt einfach mal... Das ist echt beschissen, muss man schon sagen. Ähm... Wahnsinn, was kann man denn hier noch machen? So. Können wir hier sonst noch irgendwas zum Aufmachen? Nee, nee, die Luke. Andererseits können wir ja... Vielleicht... Hier... Geht nix auf, ne? Ein schöner Back übrigens auch. Wieso geht das nicht? Wieso können wir nirgendwo hin? Mann, ich will das nicht. Mann, ich will das nicht. Uah, nee. So, irgendwas muss man doch machen können. Socken? Check. Socken? Ich sollte sparsam mit meinen Probianten. Die Heise wird lang. Oh man, come on. Ja, aber den hast du jetzt nicht, Mann. Du hast keinen Seitenschneider da. Kann man hier keine Tipps anfordern. Mal schauen, haben wir hier noch was? Äh... Nö, haben wir nicht. Das ist natürlich bitter. Alter. Ja, dann würde ich mich bei euch in der nächsten Folge melden, meine Freunde, ne? Wir sehen uns dann. Ich schau erst mal, dass ich hier ein paar Tipps bekomme. Bis dann. Tschau. Ich schau dir was... ... ... ... ... Vielen Dank.